Und Glatzl trifft, der HSV führt beim... Uh, heim. Die Sharks, das Tor! Der HSV führt mit 2-0. Und wieder ist es Robert Glatzl. Zwei gegen eins Situation. Die Sharks, das Tor! Ich fass das nicht! Ein lupenreiner Headtrick von Robert Glatzl. Aber der ist nach Belgien gegangen, nach Brügge. Glatzl, Glatzl macht das vierte! Es ist ein Traumtag für Robert Glatzl. Vierer packt von ihm.